Wir haben uns abhängig gemacht von nicht grundlastfähigem Strom und generell traditionell ist Deutschland eher wind- und sonnenarm und wir haben keine Speichertechnologie. Und wir haben eigentlich das, was wirklich funktioniert, nämlich grundlastfähiger Atomstrom, aber auch Kohlestrom ad acta gelegt und hoffen jetzt irgendwie mit alten Methoden, mit Windrädern die deutsche Industrie am Laufen zu halten. Und das funktioniert nicht, das merkt nicht nur der Bürger, sondern auch der Unternehmer. Und dahingehend war das leider eine historische Fehlentscheidung, unter anderem natürlich der CDU unter Merkel als auch der Ampelregierung. Und was bedeutet das für die Industrie? Natürlich ist es nicht mehr wettbewerbsfähig, weil andere Länder haben viel günstiger Strompreis. Viele verwenden noch fossile Energieträger. Indien wird die nächsten 30 Jahre auf Kohle setzen. China baut Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, selbst die Saudis bauen Atomkraftwerke, weil die sind auch CO2-arm und natürlich auch hocheffizient. Und man hat nicht die Probleme des Flatterstroms. Und dahingehend sehen wir einfach, dass immer mehr Unternehmen entweder pleite gehen, abwandern. Und wir sehen in den energieintensiven Unternehmen 20 Prozent Produktionsrückgang. BASF ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Unternehmer leiden unter dem hohen Strompreis und können einfach nicht mehr mit anderen Unternehmen aus anderen Ländern mit günstigerem Strom wettbewerbsfähig arbeiten. Über wie viele Arbeitsplätze sprechen wir denn etwa? Eigentlich alle. Also wir reden ja über, egal ob es ein Bäcker ist oder ein Elektroinstallateur, egal ob es ein Konzern ist, ein mittelständisches Unternehmen, Metallverarbeitungen. Alle leiden unter den hohen Strompreisen und sind nicht mehr kompetitiv gegenüber den Ausländern, wie zum Beispiel den Franzosen, die durch den Atomstrom viel günstigere Strompreise haben. Frau Schimke, Sie kennen Mittelstand sehr gut. Wie geht es dem mit den aktuellen Strompreisen? Nun ja, also auch nicht gut. Die Strompreise sind ein erhebliches Problem, aber auch die Inflation. Wir wissen auch, dass die Knappheit an Energie am Ende auch Inflationstreiber war und es kommen aber noch weitere Belastungen hinzu. Es ist ein Sammelsurium an Belastungen, wenn Sie so wollen. Und dazu zählen tatsächlich auch bürokratische Lasten inzwischen erheblich zu den rein faktischen Kosten, die man eben hat, um in Deutschland zu produzieren. Und wenn man im Ausland unterwegs ist, dann sind die Signale sehr, sehr besorgniserregend. Und ich nehme zuweilen schon auch wahr, dass Deutschland mit Abstand nicht mehr der beste Investitionsstandort ist. Und das gibt uns wirklich sehr, sehr zu denken. Herr Ulrich, Sie haben gerade die Klagen gehört. Sie hören den Bundesrechnungshof. Sie als Vertreter der Ampel, dramatisieren wir hier zu sehr? Sind Sie auf einem richtigen Weg oder sehen Sie es genauso kritisch, die Lage? Ich bin natürlich auch Vertreter der Ampel hier, aber ich bin auch Vertreter meines Unternehmens zu Hause. Ich habe einen Familienbetrieb, den ich selbst mit meiner Frau zusammen gegründet habe, einen kunststoffverarbeitenden Betrieb. Und Kunststoffbetriebe sind immer Energiefresser. Wir haben vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 eine Versiebenfachung des Strompreises gehabt. Das heißt, ich weiß ganz genau, wovon wir reden. Und wir haben genau das Gleiche wie alle anderen auch. Wir haben ein Mehr an Bürokratie, was durch Bürokratieentlastungsgesetze ja nicht wirklich entlastet wird. Nur der Anstieg wird etwas in seiner Geschwindigkeit verlangsamen. Das muss man ja auch sagen. Und ich sehe es auch, dass Deutschland im Moment im internationalen Wettbewerb zurückfällt und dass wir dort was machen müssen dagegen. Es kann so, wie es ist, nicht weitergehen. Aber Sie sitzen ja in der Regierung. Was machen Sie denn? Ich denke, dass wir schon einiges gemacht haben, gerade auch im Bereich der Stromsteuer. Wissen Sie ja, dass wir die auch auf das europäische Mindestmaß zurückgefahren haben. Aber die Probleme rühren natürlich von früher. Wir waren alle miteinander verwöhnt von billiger fossiler Energie. Und wir haben auch, ich glaube sogar verständlicherweise, keine Anstrengungen gemacht, um das zu ändern. Weil auch wenn Frau Merkel irgendwann jemand gesagt hätte, wir müssen jetzt mal anfangen und die Energie teurer machen, das hätte man ja auch nicht einfach durchgehen lassen, auch die eigene Partei nicht. Darum haben wir alle so weitergemacht und gehofft, es wird schon ewig so weitergehen. Und jetzt sind wir im Fokus des Ukraine-Krieges und sehen dort das, was meiner Meinung nach in den nächsten vier, fünf Jahren sowieso gekommen wäre. Nämlich eine gewollte Verteuerung von Energie. Man kann sowas machen, wenn man sich als gesellschaftliche Aufgabe gestellt hat, eine Energiewende hinzukriegen. Aber wir machen das ja nicht als Wende. Wir machen das ja als Revolution. Das geht zu schnell. Und dort werden, wenn wir so weitermachen, meiner Meinung nach auch viele auf der Strecke bleiben. Und genau das kritisiert ja der Bundesrechnungshof und der Wirtschaftsminister reagiert so darauf. Da hören wir mal rein. Den Bericht des Bundesrechnungshofs habe ich zur Kenntnis genommen, mehr aber auch nicht. Ich muss das sagen, es fällt mir schwer, ihn nachzuvollziehen. Eine erstaunliche Wahrnehmung, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Wer hat da recht? Der Wirtschaftsminister oder der Bundesrechnungshof? Meistens ist es schon eine Mischung dazwischen, denn Politik ist ja nicht nur Zahlen, sondern Politik ist ja auch der Ausgleich zwischen Interessen. Aber der Rechnungshof hat nun mal Rechnungen angestellt und die haben zu einem Ergebnis geführt. Ich würde dieses, das Ergebnis in den Zahlen nicht anzweifeln. Aber nun sind wir von der Politik gefragt, dort auch irgendwas zu ändern. Stellen Sie sich vor, Sie sind Wirtschaftsminister. Was wären drei konkrete Punkte, die Sie jetzt machen würden? Oh Gott, das wäre so schön. Ja, also tatsächlich als allererstes, wir brauchen eine radikale Steuerreform, weil Deutschland ist einfach unattraktiv, was die Steuern angeht. Jede Fachkraft, jeder Experte, der sich die Steuersätze hier anschaut, geht erstmal Richtung England oder USA, weil die viel attraktiver sind. Weil warum soll ich denn 50 Prozent von meinem Geld abgeben, wenn damit dann auch nicht mal was Sinnvolles gemacht wird? Also das ganze Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht mehr gegeben. Und ich spreche auch mit vielen Experts, die sagen, sie würden ja gerne nach Deutschland kommen, aber bei 45 Prozent Steuern haben wir wirklich keinen großen Bock drauf. Das ist das Erste. Wir brauchen eine radikale Steuerreform, die muss massiv vereinfacht werden. Weniger Bürokratie. Ich bin auch gegen die Berufspolitiker, also nicht gegen die Anwesenden hier bei allem Respekt, aber es geht einfach darum, wir brauchen eine Amtszeitbeschränkung, wir brauchen Qualifikation, wir brauchen eine Art numerus clausus für Politiker, dass sie auch wirklich einen Berufs- und Studienabschluss vielleicht vorweisen können. Weil was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, ist wirklich nicht mehr zu fassen. Und die Menschen da draußen verstehen es auch nicht mehr. Deswegen entstehen ja neue Parteien. Deswegen haben die Populisten Zulauf, weil die Bevölkerung nicht mehr verstehen kann, was da überhaupt passiert, wie so eine Negativauslese auch passiert. Wir erleben ja den Dunning-Kruger-Effekt, dass dann praktisch irgendwelche Menschen auf einmal wichtige Positionen haben, die Zukunft dieses Landes bestimmen. Das ist absurd teilweise. Und was, Punkt drei? Punkt drei ist tatsächlich, wir brauchen ein neues Geldsystem. Eigentlich das Wichtigste, weil Geld regelt die Welt. Also der Euro wird in die Binsen gehen, eine Währungsunion hat noch nie funktioniert. Da müssten wir uns ehrlich machen, aber das dauert halt noch, weil der Schmerz nicht groß genug ist. Die Diskussion ging natürlich noch weiter. Die ganze Folge Stimmt, der Nachrichten-Talk, die bekommt ihr hier. Einfach draufklicken und solltet ihr es noch nicht getan haben, unbedingt unseren Kanal abonnieren. Nämlich hier, dort gibt es über 100 weitere Episoden.